Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Im Titel, im Bild, in der Beschreibung, wo auch immer es man sonst auch lesen kann. Ich weise auch immer wieder darauf hin, was eigentlich total offensichtlich ist. Werden sich in der nächsten Zeit, bis auf weiteres, auf unbestimmte Zeit, die Folgenlängen auf 15 Minuten kürzen. Das hatte ich ja, oder kommt drauf an, wann ihr dieses Video natürlich seht, werde ich in der, also werde, beziehungsweise habe ich in der letzten Drakensang-Aufnahme ganz am Anfang ja schon einmal angesprochen. Und eigentlich auch schon alles dazu gesagt, was es zu sagen gilt. Obwohl ich da natürlich gesagt habe, ich werde in einem Infovideo dann nochmal genauer drauf eingehen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe es in der Drakensang-Aufnahme schon ausführlich diskutiert, dann passt es ja nicht ganz. Und deswegen sage ich hier es noch einmal, damit es auch natürlich alle mitbekommen, ganz klar, damit es schön fair bleibt und so. Es werden sich, wie eben schon erwähnt, ich komme einfach nicht zum Punkt, die Folgenlängen auf 15 Minuten begrenzen oder sich an 15 Minuten annähern. Kann natürlich immer mal wieder was sein, dass irgendwie es ganz spannend ist und ich dann zwei Minuten rausschneide. Oder vor zwei Minuten rausschneide, den Schnitt setze, damit ein kleiner Cliffhanger ist oder was weiß ich. Da werde ich mir dann auf die einzelnen Folgen nochmal Gedanken machen. Also, was ihr wissen müsst, 15 Minuten Folgen in etwa, natürlich jetzt im Moment Left 4 Dead. Da sind die Folgen ja auf die Mission einigermaßen zugeschnitten. Das heißt, da kann mal eine 12-Minuten-Folge, mal eine 20-Minuten-Folge kommen. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie gut wir wieder failen, so wie sonst. Auf jeden Fall, das hat halt einfach ganz persönliche Gründe. Jetzt demnächst Abitur und Führerschein und andere Sachen, was ich noch machen will und Aufnahmen und bla bla bla. Dass ich da halt einfach ein bisschen mehr Folgen aus einer Aufnahme rauskriege, dass ich nicht einmal pro Woche aufnehmen muss, sondern vielleicht einmal alle zwei Wochen oder so. Das ist doch ganz praktisch. 15 Minuten, so, es ist ja im Vergleich zu früher, da waren ja 10 Minuten der Durchschnitt. Immer noch Überlänge, beziehungsweise 20 Minuten sind ja auch relativ selten oder ungewöhnlich, sagen wir ungewöhnlich. Und 15 Minuten ist eher Standard. Deswegen habt ihr keine Chance, euch zu beklagen. Ich werde alle negativen Kommentare eh löschen. Nein, natürlich nicht. Seiden sie sind irgendwie beleidigend oder richtige bescheuerte Hate-Kommentare oder einfach nur dreiste Eigenwerbung oder irgendwas anderes. Allerdings hatte ich damit zum Glück bisher noch nichts zu tun. Juhu! Aber das hat im Moment gar nichts mit dem Thema zu tun, so wie vieles anderes. Also, 15 Minuten folgen, ab jetzt bis auf weiteres. Wahrscheinlich, weiß nicht, bis Mai oder so, muss man schauen. Wann ich dann mit der Schule fertig bin, wenn überhaupt. Das ist natürlich noch nicht gesagt, aber ich bin da schon recht zuversichtlich. Und dann, wenn ich dann mit dem Studium, was weiß ich, anfange, dann werden sicherlich wieder mal 20 Minuten Folgen kommen. Und vielleicht auch mal drei Projekte nebeneinander. Das wird sich dann, wie gesagt, alles noch zeigen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den 15 Minuten Folgen. Heult nicht deswegen rum. Oder nicht so sehr. Aber auf jeden Fall, ich glaube, ich sollte dieses Video auch so schnell wie möglich beenden. Sonst kommen hier noch ein paar katastrophale mentale Durchfälle bei herum. Was auch nicht unbedingt verwunderlich wäre. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann!